So, es wird Zeit, die Hochzeitskerre zu bekommen. Wunsch, einen Bonus zu bekommen. So, es wird Zeit, die Hochzeitskerre zu bekommen. So, es wird Zeit, die Hochzeitskerre zu bekommen. Tja. Das ist doch perfekt. Gänse. So. So. Meine Terra einsetzen würde ich denn da. Hm, super. Ja. Ja. Keine Ahnung, was ist. Wenn ich das hier sehe, wenn ich das hier sehe, ne? Oh, das kommt wieder mal. Ja. So, es ist auch schon gehofft, dass die Gelie im Wasser fällt. Ja. 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 Ja, so ist die nächste Aufzeit, eben. Was war der Scheiß? Hallo. Ja, mach ich. Ich gucke mir gleich an. Ich gucke. Ja, super. Schöne Grüße an Putin. Scheiße, ey. Scheiße, überhaupt nicht. Kannst du vergessen. Also, Unlemmolk ist total... Zeug von Arsch. Das ist wirklich. Deutsch gesagt. Ja. 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 Da ist er. Daisyhausen. Da lässt sie ein Bausen. So. Guck mal, nehmen wir mal Daisy Housen auf das Kippe. Was sind wir mit dem Einfluss? Das war's für heute. Wir haben hier ja auch viele Robine getragen. Ich will die Rettung verkaufen. Dann müssen wir das Verglichen bekommen. Aber es ist nicht derart jederzeit. Ich weiß nicht, dass wir die Rettung haben. 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 Naja. Jetzt soll das mal reichen. Ich muss noch einmal lesen, wie du geil bist. Ich kann noch einsetzen. Gut, dann. Halt nicht. Halt nicht. Wollen wir noch das Level voll machen. Dann können wir das Video erst schön beenden. Not für mich. Wollen wir die Rettung fahren? Hoje mal die Rettung von Rettung? Aber die Rettung ist schon so gut. Ich bin so großartiger. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wieder Zweiter. Nein. Ey, willst du mich... ...wirst du mich verarschen, du... ...was ist jetzt kapiert, was ist jetzt passiert? Dann kriegen wir hier das ganze Ding voll. Dann brauchen wir noch Level-Tickets auch noch. So, dann machen wir direkt alles hier. So, den schenken wir immer. So hier, guck mal, der freut sich an. Da lacht jetzt. So, wo wollen wir unser Bonus holen? Tadah! 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 Jaaa, ey, komm jetzt! Warte, 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 warte! Ich hab hier keine Ahnung, ich hab hier die Kamera raus! Wirklich, Ado! Götti, 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 Götti! Jaa, 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 jaa! Dasal prahu, minutes! Jaa, 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 jaa! Stoppa, chau va, joh, joh! Ok, das war ja! Ich nuris, bis jetzt hier! Götti, bis jetzt hier! Oh! Jaa, jaa, jaa... Wir können endlich das Level abschliessend mit einem neuen Level für 72, das war die Farb der Reichen, aber wir hatten nicht mehr, wie gesagt die 3 alle, also ein perfektes Spiel mit einem Rekord, das war's zu dem super speziellen DayZie Video.